Vorgeschichtliche Zeit Die älteste Nachweis von Vertretern der Gattung Homo auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik ist der zwischen 500.000 und 600.000 Jahre alte Unterkiefer von Mauer, des Typus Exemplars von Homo Heidelbergensis. Etwas jüngere Funde stammen vom Fundplatz Bildsingsleben sowie von Homo Steinheimensis, bekannte Funde sind schließlich auch die Schöninger Speere. Aus Homo Heidelbergensis ging vor 130.000 Jahren der Neandertaler, Homo Neandertalensis, hervor, der, sofern die klimatischen Bedingungen es zuließen, nahezu 100.000 Jahre lang auch in Deutschland lebte. Da Deutschland während der letzten Phase der Eiszeit zur Kältesteppe, Dondra, wurde und die polare Vereisung bis ins nördliche Niedersachsen vordrang, dürfte Deutschland während des mittleren Orrheniasiener bis weit in das Mittelpaleolitikum hinein so gut wie unbewohnt gewesen sein, Spuren menschlicher Besiedlung fehlen für sehr lange Zeit. Die circa 14.000 Jahre alten sterblichen Überreste der 20- bis 25-jährigen Frau und des etwa 50 Jahre alten Mannes aus dem Doppelgur abverne Oberkassel Spuren des zugewanderten modernen Menschen, Homo Sapiens der Chromagnon-Epoche, wurden in den Höhlen der Schwäbischen Alb gefunden, etwa die 35.000 bis 40.000 Jahre alte Venus vom Hohlenfels, die älteste gesicherte Darstellung eines Menschen. Die ältesten Überreste des Homo Sapiens fanden 1914 Steinbrucharbeiter im Rheinland, das etwa 14.000 Jahre alte Doppelgur abverne Oberkassel. Jäger und Sammler stellten um 5.800-5.600 v. Chr. bereits Keramikgefäße her, bevor sie zwischen etwa 5.500 und 5.000 v. Chr. durch bäuerliche Kulturen abgelöst wurden. In dieser, als Jungsteinzeit bezeichneten Epoche, entwickelten sich Ackerbau, wie Haltung und feste Siedlungsplätze sowie eine andere Arte der Keramik. Das Gebiet des heutigen Deutschland wurde nach und nebeneinander von der brandkeramischen, der schnogrammischen und der Glockenbecherkultur besiedelt, die Benennung erfolgte anhand des archäologischen Fundgutes. Die Verwendung von Metallen revolutionierte die technischen Möglichkeiten. Aus der Bronzezeit sind einige Funde erhalten, wie etwa die an Sachsen-Anhalt gefundene Himmelsscheibe von Nebra, eine Metaplatte mit Goldapplikationen, die als älteste Himmelsdarstellung gilt.